Norddeutscher Rundfunk 2021 Max langweilt sich. Wenn doch endlich mal was Spannendes passieren würde. Oh, super! Einer von Ronjas Papierfliegern. Ronja hat noch immer die besten Ideen. Sie erkunden die alte Ruine vom Schloss Rosenstein. Um diesen Ort ranken sich viele merkwürdige Geschichten. Man sagt, die steinernen Löwen hüten das Tor zu einer anderen Welt. Der geheimnisvollen Insel Nature World. Pochneing. Gästeen. ... 맞et mit Ihnen.